Mir gefällt in Waldhausen so, dass sie im Kindergarten schöner ist. Denkt man an moderne Kommunikationstechnik, dann ist sie beinahe schon antik. Die Rede ist von der Ortsrufanlage in Waldhausen mit ihren 28 Lautsprechern. Zweimal in der Woche ertönt Tchaikovskis Capriccio Op. 45. Bekanntmachung. Am Wochenende führt der Sportverein sein jährliches Sportfest durch. Dazu lädt der Verein die gesamte Bevölkerung herzlich ein. Ende. Geschichtlich war Waldhausen stets eng mit Bödikheim verbunden. Der Ort ist vermutlich sogar von dort aus gegründet worden. So nimmt es nicht Wunder, dass die Rüth von Kollenberg seit dem ausgehenden Mittelalter die Dorfherren waren. Zur Bewirtschaftung ihrer ausgedehnten Ländereien hatten sie zwischen beiden Orten mehrere große Höfe anlegen lassen, insbesondere den Rosshof. Ebenfalls zu ihrem Besitz zählte der bereits im 15. Jahrhundert erwähnte Glashof.